jede menge action egal wie das wetter draußen ist physikregeln am eigenen körper erleben alles was nach oben hüpft kommt irgendwann auch wieder runter die freizeitwelt sauerland macht indoor spaß kletterkurse für einsteiger und fortgeschrittene den ganzen körper fordern und über 60 ruten klettern an der 12 meter hohen kletterwand oder nebenan den gleichgewicht sind kitzeln in luftiger höhe auf der slackline balancieren und sich sicher wieder abseilen die freizeitwelt sauerland ist perfekt für alle von ganz klein bis erwachsen von real bis virtuell beim holo geld freizeitwelt sauerland der ganz große indoor action spaß